moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video möchte ich euch eine neue herausforderung zeigen doch bevor ich anfange wollte ich euch auf etwas aufmerksam machen und zwar haben über 92 prozent der zuschauer noch kein abo bei mir also falls euch meine videos gefallen leute und ihr mehr davon wollt würde ich mich auf jeden fall über jedes abo freuen so kommen wir nun zum video und zwar sind wir hier bei dieser korallenwinsel wieder markiere ich euch mal auf der karte hier da sehen wir halt dieses kleine häuschen was ihr machen müsst ihr geht hier zum stein rechts daneben werde ich euch auch markieren und sammelt das teil hier auf so wenn ihr das teil aufgesammelt habt geht die wieder zurück zu diesem kleinen teil und setzt es dort ein leute genau um den atomaren test zu starten so das war es auch schon mit dem video leute falls euch das video gefallen hat schreibt mir in die kommentare lasst ein like da und ansonsten sehen uns beim nächsten video leute ciao